Lass mich durch! Lass mich durch! Ach du heilige, wer bist du denn? Äh... Weiß ich nicht. Oh ne. Er ist auf dem Einrad. Kann ich da vielleicht hochlaufen? Kann ich. Ah. Ich finde diese Bosskämpfe auch ziemlich cool. Oder so Zwischenbosskämpfe. Oh Gott. Geh hoch. Schnell. Oh nein. Da fehlt nur noch ein Fitzelig hin. Hä? Hey, ich bin gerollt. Als ob er mich gekriegt hat. Kaputt. Oh, ganz viel Leben. Das lief ziemlich gut. Guck mal, wie viel Leben der gedroppt hat. So viel brauche ich gar nicht. Hä, 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 hä. Hm. Das muss sein, dass das erste Trial sein. Nur die wiserste Opinionen können es durchführen. Die Schreininscription schreibt. Change is the only constant. In time swift notions grumble. Sometimes wise and slow are those who do not stumble. Boah, kann ich das nochmal bitte? Die Schreininscription schreibt. Change is the only constant. In time swift notions grumble. Sometimes wise and slow are those who do not stumble. Okay. Ich will jetzt sowas von verkacken. Oh no. Oh no. The Schreininscription schreibt. Change is the only constant. In time swift notions grumble. Yeah, yeah. Sometimes wise and slow are those who do not stumble. Muss ich drüber rollen? Ich sag ja, jetzt fängt es an. Jetzt verstehe ich nur den Bahnhof. Ich sag ja, jetzt fängt es an. So, komm ich auch nicht. Hallöchen, Figment 2, Stream, Hallöchen. Hallöchen, Herr Willi F. Ich glaube, ich muss langsam rüber, ne? Das funktioniert. Okay, wegen diesem Behutsamen. Und ich dachte, okay, wie soll ich denn das Behutsam machen? Ja, okay, ich kann langsam gehen. Okay, oh, das hat ein bisschen gedauert, du. Das war der erste Trial. Gut, dass du dein Kopf auch ein bisschen exercisen hast. Niemand muss das Gehirn hier sein. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommt ein neuer Weg, ne? Ja. Das waren das, drei Prüfungen, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nach hier. Boah, wenn das die erste Prüfung schon war, ne? Ich will gar nicht wissen, was die zweite und dritte denn ist. Da komm ich ja gar nicht hinterher. Ich kann nicht alles von den Büchern lernen. Well, wenn du eine gelesen hast, dann vielleicht du etwas lernen. So. Leute, wir sind einmal noch da. Sind wir jetzt so zwei nach hier, glaube ich. Kopf zerbrechen. Was ist passiert? Oh, wir sind wieder hier. Wir mussten einen falschen Gehirn haben. Oh nein. Okay, dann war das... Ach nein, ich musste noch eins. Ich war quasi erst hier. Hier. Und ich muss aber noch einen nach da. Und dann erst nach da. Okay. Okay, okay, okay. I get it. So. Ah, schön, dass ich das hier nicht nochmal machen muss. Wenn ich das einmal gelöst habe. Wuhu! Danke für den Rettung, little Buck. Dann ist nämlich der Frustfaktor gar nicht mal so groß. Sind das Bomben? Oder was sind das? Ich glaube, ich muss immer... ein paarweise die Sachen finden, ne? Hier. Dann die beiden. Oh Gott, wo war der Gelb? Gelb war da, ne? Gelb. Und Rot. Ah. Okay, jetzt müssen wir nach hier hoch. Ich glaube, hier ist noch Kämpfen, ne? Au. Die sind nur Kämpfen, sage ich, weißt du? Die direkt aufs Maul. Aua. Nein, der Vogel backt. Okay, jetzt geht's dem Vogel wieder gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann müssen wir jetzt hier noch einmal lang. Dann müssten wir wieder am Ziel sein. strecken und trinken? Äh. Hä? Die Musik hört sich auch so trollig an, ne? Sind hier Rotenboppels Portale? Oder einfach Tod und Verderben? Aber wir mussten, glaube ich, immer bis zu dem Blauen hin. Vielleicht sollte ich da nicht lang. Die sind vielleicht Tod und Verderben, ne? Gestreckt hatte ich mich gerade. Dann trinke ich jetzt noch mal einen Schluck. Prost auch, Herr Wolf. Hey. Da wird mein Trinken wieder gesalzen. Zum Glück kommt da aber nicht so viel rein, weil ich aus der Dose trinke. Oha, hey, hey, hey. Wo kommt ihr denn jetzt plötzlich her? Ich gehe mal nicht da lang, wo die Roten sind. Uh-huh. Ja. Ja, mhm. Ah, verdammt. Oh, ich bin in sowas nicht gut. So. Jetzt so. Da, 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 da. Und den hier. Jetzt haben wir es. Okay. Ey, ich dachte gerade schon. Wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal einen nach da. Okay. Boah, die Rätsel sind richtig cool in dem Spiel. Äh, wo ging's jetzt weiter? Da hoch, glaube ich. Ich glaube, jetzt nur noch in die Richtung hoch. Das da ist, glaube ich, mit drinnen. Das ist das Zeichen hier da und hier hoch. Denn die Nase... So eine Nase und eine Hand... Oh, warte mal. Der nicht. Der hier. Und der. Ich habe eins zu schlaue. Manchmal. Oh nein, ich wollte eigentlich rollen. Dammit. Ich muss jetzt so da wieder, glaube ich, lang. So, das wollte ich eigentlich machen. Party, Hallöchen. Rietzer, guten Morgen. Oder guten Mittag schon? Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es. Ja, guten Mittag. Ah, ich habe so wenig Leben. Da habe ich dann noch einen Brummkreisel dazwischen, der Nerv. Ah, wap, 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 wap. Ich finde aber gut, dass der Brummkreisel die anderen auch ein bisschen kaputt macht. Das finde ich gut. Der arbeitet ein bisschen gegen mich, aber auch ein bisschen auch für mich. Aha. Kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht. Oh. Wundervoll. Was ist denn da los? Ich finde dein Auge stinkt. Keine Ahnung. Das schaut nachher ein lustiges Spiel aus. Schaut, dass ich heute wieder Fußpflege hatte. Oh no. 13 Uhr. Ja. Ich habe die Uhrzeit nicht im Blick gehabt. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir online sind. Das ist immer eher so die Sache. Ich starte ja immer im Morgen quasi und dann geht es ja durch Mittag und Nachmittag. Aber das Spiel ist ziemlich lustig, muss ich echt sagen. Fast für Stunden. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe auch gerade geschaut. Das ist aber der zweite Teil und ich glaube, ich finde den nämlich ziemlich cool und ich glaube, wir werden den ersten Teil auch noch spielen. Habe ich alle sieben Wochen. Habe ich alle sieben Wochen. Ja, ist doch okay. Alles gut. Oh, mit zwei Brummkreisel. Ah, ja. Ah, ja. Das wird interessant. Okay. Okay. Ging besser als ich dachte. Ein bisschen fester Bestandteil meines Morgens. Oh, das finde ich aber schön. Besser als immer nur Nachrichten am Vortag zu schauen. Ja. Kann man ein bisschen entspannen, ein bisschen abschalten hier nebenbei. Oder wie du es machst, nebenbei selber was zocken. Oh, nö. Wieder so ein großer und noch ein paar kleine. Okay. Gib mir mal eine Bobbel. Eine Bobbel reicht. Okay. Aber er frühsticht und danach muss ich immer runterkommen. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Du haltest ja diese Frühzwischenschicht. Ja, dann ist das, glaube ich, ganz entspannend. Au. Ich muss erst die kleinen wegmachen, bevor ich mich um den Großen kümmer. Ein kleines stören zu sehr. So, jetzt. Oh, ja, stimmt. Jetzt wurde er ja so wütend. Oh, die Musik ist halt einfach so geil in dem Spiel. Also, das Spiel hat mich mit der Musik und so schon von Anfang an. Schon bei dem Schweinchen. Schon bei dem Schweinchen. Okay, zweite Prüfung. Zwei Schritte vor, ein zurück. Okay. Den hin verstehe ich. Vorhin habe ich ein bisschen gebraucht. Zwei vor, ein zurück. Ein zwei vor, ein zurück. Zwei vor, ein zurück. Zwei vor, ein zurück. Und durch. Ja, das habe ich echt gebraucht. Ja, du hast es geschafft. Nur ein Kind zu gehen. Wisdom ist Kraft, Dusty. Hör dich auf. Du hast diesen Büchern zu viel Geld, Piper. Oh, ja? Without sie, würde ich immer noch in der ersten Runde befinden. I would just have found another way, like I always... Huh? What's that sound? Oh, no. The book leaked the page. The engine page. The book's gonna crash, Dusty. Hold on. Wow. Wow. Ah, abgestürzt. What a thriller. Did you land all right, Piper? I'm a bird, Dusty. Fresh rejects. Welcome home, friends. Home? What? No. We need to get back up to the maze. You belong here now. You'll never be discarded again. Yikes. A place for those who didn't make it through the maze? We shouldn't be here. In the ditch, everyone belongs and no one leaves. Ever. You're one of us now. I don't think so. I'm a one of us. I'm a one of us. I'm a one of us. This is from the flying book. It seems the engine page has been ripped in four. The other pieces must be done here too. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Oh, okay. Oh, mach mein Buch halt kaputsch. The book's broken. It's missing its engine page. Poor little book. Gucken auch alle so böse, ne? The engine page. Coming through. Disperse this crowd. Hey, not your turn. Things to say. No, me. We are all beautiful beliefs, but. Oh, I just want to sing. No, I want to go. La, la, la. Okay, enough already. Man, we won't be able to pass unless we find someone who can make these opinions move aside. Mhm. Okay. Darf ich das haben? Pizza. Pizza. Kannst du doch nicht bringen. Darf ich das Bötchen da vielleicht haben? Hallo? I hope you'll enjoy your stay in the ditch. Forever. Man, we need to get out of here. Forever. Hallo, darf ich das haben? Nein, das ist nichts. Die haben sich aber hier schön eingerichtet. Das stimmt, wir haben echt viel von denen hier nicht gehabt, ne? Davon hab ich bestimmt schon wieder super viele ver... Mist. Passt. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja, klar. Oh, hier ist noch so ein Schrein. Nimm gerne noch so ein paar Steine mit, ne? So ist es nicht. Klatsch da! Ich muss da mal durch! Hm. Oh Gott, wie der mich auch verfolgt, ne? Äh, 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 äh. Den Flachmännern folgen, weil die Erde ist ein Pfannkuchen. Hm, lecker. Ah, schön. Oh, warte, da ist noch so eins. Oh, warte, da ist noch so ein Schrein. Äh, okay. Ich glaub, das hier sind deine Leute, oder? Ja. Ah, sehr schön. Es ist mein Turn. Oh, okay. Okay, team, we might have been discarded, but let's tell our friends what we really are. Boom, 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 boom. Seedbelts are for the weak. The chemtrails will kill us. Climate change won't affect me. I can't still drive, cause it's only my fifth beer. Crystals will heal my leg. Vaccines cause autism, those new fax machines are great. A silent fight is a wasted opportunity. Nobody knows all the trouble we see. But we're all firm beliefs. And someday we will be set free. Pineapple pizzas rock. Real men should not cry. You can always trust the cops. The toilet paper should roll towards the wall. Kids should be seen, not heard. I look good with a mustache. Repetilians rule the world. I don't need to go to the doctor with this growing mold. Nobody knows all the trouble we see. But we're all firm beliefs. And someday we will be set free. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu Ende ist. Oder ob da jetzt noch was kommt. Okay, da kommt noch was. Okay, da kommt noch was. Okay, da kommt noch was. Problems should be repressed. Getting another child will save this relationship. Elvis is still alive. I can so do a back flip. I'm young and I'm never gonna die. And I am significant in the greatest scheme of things. Nobody knows all the trouble we see. But we're all firm beliefs. And someday we will be set free. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Das ist ja großartig. Das ist ja... Also das Lied war ja schrecklich, aber großartig schrecklich. Das war toll. Das musste ich zu Ende hören. So, die haben jetzt aber Platz gemacht. Jetzt komme ich hier zum Antriebsseite. Great. Another piece of the engine page. Two to go. Das war schön. Hey, ganz viel Liebe für dieses Spiel. Das ist großartig. Wir müssen, glaube ich, echt den ersten Teil auch noch spielen. Auch wenn er von 2017 ist. Aber ich glaube, der muss echt noch gespielt werden von uns, oder? Wenn der erste Teil mindestens genauso großartig ist wie das hier, dann wird das super. Gibt es hier eigentlich noch mehr? Ich meine, wir haben die Seite, aber naja. Mal gucken. Eine beworfene Meinung über das Radio. Oh, ich bin so lönsam in diesem ruhigen Ort. Aber jetzt, dass du hier bist, lass ich dir alles erzählen, über die kleinen Leute, die in der Radio leben leben. Ich glaube nicht. Ja. Sie singen, wenn du den Button pressen. Sie machen mich so glücklich. Oh, ja. Okay. Mhm, ja. Man kennt es. Die kleinen Leute im Radio, die dann singen für einen. Ja, ja. Verworfene Meinung über den Mond. Ja, aber der Mond würde ja nicht scheinen ohne die Sonne. Hm, ich verstehe, warum das eine verworfene Dings ist. Verworfene Meinung über Anatomie. Was? Ich weiß halt auch nicht, ob wir alle schon angehört haben. Ich versuche nochmal alle anzuquatschen, hoffentlich. Verworfene Meinung über Vermüllung. Verworfene Meinung über Astrologie. Ja, das warst du, glaub ich, mit dem Sternzeichen. Ja, das warst du, glaub ich, mit dem Sternzeichen. Ja. Ja. Wäre interessant. Ja, das stimmt. Kann ich mit denen nochmal reden? Aber ich habe Angst, dass die dann wieder los singen. Kann ich den Song von dir wieder hören? Oh Gott. Oh nein. Oh. Ich habe den Song aus Versehen wieder abgespielt. Na, hoppala. Ach, das ist nur eine Hälfte der Antriebsseite. Ein leeres Notizbuch. No way. Nah. We need all four pieces of the engine page for it to work. Aber hier ist sonst nichts. Stimmt, du hast hier noch was. Äh, willst du das haben? The book's empty. But the opinion would probably trade if it had a horoscope that fitted it. Ein passendes Horoskop drinnen. Kann ich mir das da mitnehmen? Live on the edge. The earth is a pancake. Don't be square. Join the flatmates. Und hallöchen Little Honey. Kann ich hier was reinschreiben einfach? Nee. Nee. Aber wenn wir eine Opinion finden, mit etwas etwas mehr sinnvoller zu sagen, dann können wir es in die Notebook legen. Hm. Du fühlst? Oh nein. Schönergum. 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 Cool story. Hey, bro. I don't want to put this in either. Maybe one of the other opinions have something more useful to say. Ja, aber wir. Ja. Aber der will nicht. The book's empty. Ja. But the opinion would probably trade if it had a horoscope that fitted it. Was mit dir? Du vielleicht? Nah. But if we find an opinion with something a little more useful to say, then we could put it in the notebook. Okay. Vielleicht können wir hier nochmal hoch? Nee, hier gibt's auch nicht mehr. Hm. Ah, hier über dem Mond vielleicht? Ja. Aber ich hab glaub ich schon mit ihnen gesprochen, oder? Nee, mit denen kann ich halt auch nur reden. Aber denen kann ich nicht das Notizbuch geben. Hm. Wo sind wir? Wo sind wir? Ja. 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 Boah, das ist jetzt ne echt gute Frage. Okay, da unten komm ich nicht lang. hab ich hab mit allen geredet. Da geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Mit dir hab ich noch nicht geredet. Nur noch ein Stück der Motor und da ist ein Lauf. Was bist du? Verworfene Meinung über Selbsthilfe. Seek within and you shall find yourself. We're right here. We're looking for a piece of paper. I too was lost. Now I'm profound. Let me guide you to the better you. The what? At times you are extroverted, affable, sociable. While at other times you are introverted, wary, reserved. Well, that's kind of true for most. You have a tendency to be critical of yourself. Yeah, that's something everyone has in common. Enough generic gurubabble. This is going to help anyone. Uh, das hört sich nach Boroskop an. Kannst du da vielleicht was reinschreiben? Could you write some of your generic self-help truth stuff down for me? Yes. Sure. I live to spread the gospel. Sehr schön. Haben wir das jetzt? Ich hoffe. Okay, dann hab ich dich übersehen gehabt. Ah. Äh, Selbsthilfebuch. Äh. Ja bitte schön. Hey, Starman! Have a look at this. You pride yourself as an independent thinker and do not accept other statements without satisfactory proof. Wow. This is so true for me. Yeah, right? That's totally you. If someone wrote it down, it must be true. This must be my horoscope. Okay. Yeah, you can have this old engine thingy. It was kinda grinding my gears anyway. Finally. That's the entire engine page. Great work. Let's get into the flying book and get out of here. Yeah. 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 Granatapfel-Tee schmeckt weder nach Apfel noch nach Granaten. Hahaha. Herzog. Okay. Hahaha. Okay, Book. Let's get you back on your wings. Let's go. Let's go. Wir haben unser Buch repariert. Oh, look at it, Flap. I think it likes you, Dusty. Hahaha. Okay. Let's just get out of this place. Nice. Ja, aber von hier verschwinden tun wir erst nach einer kleinen Pause. Der Bot hat nämlich schon wieder rumgemeckert. Hahaha. Dann sehen wir uns in zwei, drei Minuten wieder. Und ja, bis gleich. Tschüss.